In diesem Video zeige ich dir Hafensänger die besten Smartphones im bis zu 300 Euro Preisbereich. Am Ende sage ich dir auch, welches Handy ich nehmen würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Let's go! Starten wir hier mit dem Xiaomi Poco X5 5G. Das Handy ist noch relativ neu und du bekommst es ursprünglich für 300 Euro. Mittlerweile ist es aber auch schon reduziert und du kriegst es schon für 260 Euro. Und dafür kriegst du hier schon viel geboten für wenig Geld. Wir haben ein modernes Design mit einem riesigen 6,67 Zoll 120 Hz AMOLED Display. Das ist das erste Highlight dieses Smartphones. Es ist groß, es ist farbenfroh, es hat tiefe Kontraste und mit den 120 Hz sind Bewegungen halt viel angenehmer fürs Auge, weil sie sehr flüssig sind. Auch ist das Handy mit 189 Gramm gar nicht mal so schwer wie andere Modelle. Du siehst hier, es gibt verschiedene Farben zur Auswahl und der Speicher fängt bei 128 GB an und kann sogar erweitert werden. Als Prozessor kommt hier ein Snapdragon 695 zum Einsatz. Das ist jetzt nicht so der stärkste SoC, aber für Casual Games reicht es und im System läuft natürlich auch alles flüssig. Das liegt an der MIUI. Hier ist allerdings noch Android 12 vorinstalliert. Das ist ein großer Nachteil dieses Handys. Du kriegst hier also nicht das aktuelle Android 13. Das wird dann erst noch kommen. Was auch schade ist, ist, dass hier nur ein Mono-Speaker verbaut ist. Für Musikfans ist es also dann hier vielleicht nicht die erste Wahl. Auf der Rückseite hast du dann hier eine 48 Megapixel Triple-Kamera. Die macht gute Aufnahmen, aber hier darfst du keine Wunder erwarten. Spitze ist dann wieder der Akku. 5000 Zellen sind verbaut und damit kommst du zwei Tage hin. Geladen kann er mit 33 Watt. Das dauert ungefähr eine Stunde. Das ist auch ein guter Wert. Wenn du viel Wert auf Display und Akku legst, dann schau dir unbedingt mal das Poco X5 5G an. Ich verlinke dir das Angebot zum Handy und zu allen anderen Smartphones in der Beschreibung. Jetzt möchte ich noch kurz den besten Handyvertrag aktuell vorstellen. Und zwar bei sim.de bekommst du hier 20 Gigabyte All Net Flat für 10,99 Euro monatlich. Du kriegst also hier Flat Internet, Flat Telefonie und Flat SMS zu einem Preis. Ich kann dir sim.de empfehlen, weil ich da selber auch schon seit Jahren Kunde bin. Ich bin extrem zufrieden. Du kriegst hier überdurchschnittlich viel geboten für das, was du zahlst. Normal kriegst du so viel Gigabyte, wie viel Euro du zahlst. Das wären also dann hier 11 Gigabyte. Aber hier kriegst du einfach 20 Gigabyte. Das Gute ist, du kannst deine Rufnummer natürlich mit einem Klick im Bestellformular mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Und du kannst hier auch die Vertragslaufzeit wählen. Entweder du wählst 24 Monate, dann zahlst du einmalig 10 Euro. Oder du wählst monatlich kündbar, dann zahlst du einmalig 20 Euro. Kannst aber auch wirklich jeden Monat aus deinem Vertrag raus. Und selbst wenn du die 24 Monate wählst, dann gibt es keine versteckten Kosten. Der Preis bleibt immer konstant bei 10,99 Euro, selbst nach 24 Monaten. Und weil ich sehr zufrieden bin und die Preisleistung extrem gut ist, möchte ich dir diesen Handyvertrag auch noch empfehlen. Wenn du also viel Geld sparen willst und noch einen guten Handyvertrag suchst, der hier im O2-Netz ist, denn nur im O2-Netz gibt es so günstige Deals, dann schau dir mal diesen Handyvertrag an. Ich verlinke ihn dir auch in der Beschreibung. Kommen wir jetzt zum zweiten Handy und zwar dem Google Pixel 6a. Die UVP lag bei 459 Euro. Mittlerweile kriegt man das Handy aber schon deutlich günstiger. Hier kostet es gerade 324 Euro. Es gab aber auch schon Angebote für 300 Euro oder leicht drunter. Und dafür bekommst du hier das beste Kamerasmartphone im 300 Euro Preisbereich. Denn die Google Smartphones sind für ihre Software und natürlich für die Kameras bekannt. Aber fangen wir mal vorne an. Das Display ist 6,1 Zoll klein. Leider ist die Bildwiederholzahl nur bei 60 Hertz. Dadurch wirken Bewegung und Animation nicht ganz so flüssig, wie zum Beispiel bei dem Poco. Als Prozessor hast du hier den Tensor G1 Chip. Der Chip ist auf jeden Fall gut. Er hat viel KI-Features. Also was Sprach- und Texterkennung angeht, da ist der sehr stark und schneller als andere Smartphones. Zum Zocken von Casual Games reicht es auch. Aber bei High-End-Spielen geht ihm schon die Puste aus. Das ist aber nicht so schlimm, denn das Google Pixel A kauft man sich zum einen wegen der Software. Denn du bekommst hier Android in seiner reinsten Form. Es läuft natürlich das aktuelle Android 13 und du bekommst 3 Jahre OS und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Und du bist immer der Erste, der die erhält. Das Interessante ist aber natürlich dann die Kamera. Du hast hier auf der Rückseite eine Dual-Kamera. Mit jeweils 12 Megapixel. Und die Fotos sind wirklich überragend. Es gibt kein Handy, was in dem Preisbereich bessere Fotos macht. Bei Tag und bei Nacht bekommst du tolle Aufnahmen geliefert. Und auch Videos gehen bis zu 4K30 und sehen noch super aus. Der Akku misst 4.410 Zellen. Damit kommst du 1,5 Tage durch. Wenn du also ein kompaktes und kleines Smartphone willst, was vor allem mit einer sehr guten Kamera punkten kann, dann ist das Google Pixel 6a dein Smartphone. Weiter geht es mit dem Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Und das Smartphone kam zwar schon im letzten Jahr raus, ist aber immer noch herausragend. Das kostet UVP 349 Euro. Jetzt kriegst du es mittlerweile schon für 260 Euro. Denn du bekommst hier auch zum einen ein schönes modernes Design mit kleinen Displayrändern und einem riesigen 6,67 Zoll 120 Hertz AMOLED Display. Bewegung und Animation sind also hier viel angenehmer und flüssiger. Was hier so gut ist, ist der Prozessor. Verbaut ist nämlich hier ein Helio Mediatek G96. Und der hat richtig viel Power. Damit kannst du also auch Spiele auf hohen Grafikeinstellungen spielen. Wenn du also gerne zockst, könnte das hier sehr interessant für dich sein. Außerdem hast du noch Stereo-Lautsprecher verbaut und einen riesigen 5000 Zellen großen Akku, der sogar mit 67 Watt schnell geladen werden kann. Und das Netzteil ist im Lieferumfang dabei. Das Gesamtpaket wird dann abgerundet von der 108 Megapixel Quad-Kamera. Eigentlich ist aber nur eine Dual-Kamera. Die 108 Megapixel Hauptkamera macht wirklich gute Aufnahmen. Die 8 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse ist dann eher zu vernachlässigen. Insgesamt bietet das Redmi Note 11 Pro, auch wenn es schon ein Jahr alt ist, ein richtig starkes Gesamtpaket. Und für 260 Euro ist es auch hier eine absolute Kaufempfehlung. Kommen wir zu einem weiteren Pocophone, und zwar dem X5 Pro 5G. Das Smartphone ist auch ganz neu auf dem Markt. Die UVP lag bei 399 Euro. Aktuell kriegst du es hier für 345 Euro. Aber ich denke, der Preis wird auch relativ bald sich bei 300 Euro einpendeln. Und dann kriegst du hier auch ein fast makelloses Smartphone. Das Handy ist wieder ziemlich groß und hat ein 6,67 Zoll 120 Hz AMOLED-Display. Also ist aktuell State-of-the-Art. Was dieses Handy dann so besonders macht, ist der Prozessor. Du kriegst hier einen Snapdragon 778G-Prozessor. Der ist zwar schon zwei Jahre alt, aber bietet eine herausragende Leistung. Der kommt nämlich normal in der oberen Mittelklasse zum Einsatz. Und hier kriegst du ihn schon für um die 300 Euro. Das ist sehr stark. Also wenn du gerne zockst, Spiele auf hohen Grafikeinstellungen spielen willst, dann hat der genug Power, um diese anzutreiben. Dazu gibt es natürlich dann auch eine 108 Megapixel Triple-Kamera. Die macht auch sehr gute Aufnahmen. Und sogar einen 5.000 Zellen großen Akku, der mit 67 Watt schnell geladen werden kann. Auch das Netzteil ist hier im Lieferumfang wieder enthalten. Das Poco X5 Pro ist also ein rundes Gesamtpaket. Bis auf die Software. Hier kriegst du nämlich noch Android 12, also nicht das aktuelle Android 13 zur Verfügung. Das ist für den Preis schon ein bisschen ärgerlich. Aber das Android 13 Update sollte natürlich auch demnächst kommen. Und für um die 300 Euro kann man dann bedenkenlos zum Poco X5 Pro greifen. Und als letztes habe ich dann hier das Samsung Galaxy A34 5G für dich. Das Smartphone ist auch ganz neu. Es kam erst kürzlich auf den Markt und die UVP lag bei 389 Euro. Mittlerweile kriegst du es aber auch schon für 329 Euro hier oder sogar schon leicht unter 300 Euro. Und für 300 Euro ist das Handy auch ein richtig gutes Smartphone. Du siehst hier, du hast ein schickes, modernes Design. Das Display ist fast randlos. Nur oben hast du so eine Tropfennotsch. Es gibt vier verschiedene Farben zur Auswahl. Und das Display ist natürlich sehr groß mit 6,6 Zoll. Und es bietet auch eine 120Hz AMOLED-Technologie. Also auch hier ist wieder alles gestochen scharf und sehr flüssig. Als Prozessor kommt hier ein Mediatek Dimensity 1080 zum Einsatz. Im System läuft er noch einigermaßen rund. Casual Games laufen auch noch. Aber bei anspruchsvollen Spielen geht der Prozessor dann schon die Puste aus. Wenn du also gerne zockst, ist das hier vielleicht nicht die erste Wahl. Dafür bekommst du auch hier Stereo-Lautsprecher. Und die gute Android-Software, nämlich Samsungs One UI 5.1, basierend auf Android 13. Und was hier halt krass ist, du kriegst vier Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Samsung bietet so viele Updates wie kein anderer Hersteller. Wenn du also das Handy besonders lange benutzen möchtest, dann ist das hier vielleicht interessant für dich. Abstriche gibt es dann leider wieder bei der Kamera. Verbaut ist eine Triple-Kamera mit 48 Megapixel. Aber die Aufnahmen sind nicht das Gelbe vom Ei. Da darfst du nicht zu viel erwarten. Immerhin ist der Akku ziemlich groß. Mit 5000 Zellen kommst du durch zwei Tage durch. Das ist sehr gut. Ein Netzteil fehlt aber hier im Lieferumfang. Was beim A34 auch besonders ist, ist, dass es als einziges von den genannten Handys richtig wasserdicht ist. Wenn dir das wichtig ist, dann schau dir das A34 5G mal an. Für aktuell 329 Euro ist es schon eine klare Kaufempfehlung. Aber wenn das Handy dann sogar noch unter 300 Euro fällt, dann kannst du wirklich bedenkenlos zuschlagen. Das waren also meine Empfehlungen im 300 Euro Preisbereich. Die Links zu allen Angeboten findest du in der Beschreibung. Wenn ich mich jetzt für ein Smartphone entscheiden würde, dann wäre es wahrscheinlich das Redmi Note 11 Pro. Einfach weil das Smartphone keine Schwächen hat und man für 260 Euro hier wirklich extrem viel geboten bekommt. Das Design ist modern, das Display ist top, der Prozessor hat enorm viel Power, die Software läuft flüssig, du hast Stereo-Speaker, eine gute Kamera und einen riesigen Akku, der zwei Tage hält und sogar noch schnell geladen werden kann. Für 260 Euro kann da aktuell kein anderes Smartphone mithalten. Deswegen würde ich das Redmi Note 11 Pro nehmen. Jetzt interessiert mich aber deine Meinung, welches der Smartphones wirst du dir holen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonnier meinen Kanal, damit du auch in Zukunft keine spannenden Smartphone-Videos verpasst. Komm auch gerne in die Smartphone-Kaufberatungs-Facebook-Gruppe rein. Da kannst du dich mit anderen Usern austauschen. Alle Links, auch zu meinen Social-Media-Accounts, findest du in der Beschreibung. Wenn du jetzt hier links klickst, kommst du zu meiner Facebook-Smartphone-Gruppe. Wenn du hier rechts klickst, kommst du zu dem Handyvertrag. Oder schau dir hier ein anderes Video von mir an.